Äh, entschuldigen Sie, Sir, sagen Sie, wie komme ich jetzt hier eigentlich... Oh, wie komme ich hier raus? Ach, Sie wissen das auch nicht? Ich weiß auch nicht, wie ich hier rauskommen soll. Dieser Raum ist... Dieser Raum ist ein Gefängnis, das darf doch nicht wahr sein. Äh... Äh, Lars? Hallo? Du bist auch hier gefangen? Nein, ich bin nicht gefangen, ich hänge hier nur so ein bisschen ab. Ladies and Gentlemen, ahoy und herzlich willkommen zu einem brandneuen Roblox-Video. Brandneuen Video. Lars ist scheinbar jetzt auch hier mit dabei. Und zwar sind wir beide hier gefangen in diesem Raum. Und es gibt nur einen einzigen Ausgang und das ist dieser Horror-Fahrstuhl. Und ich frage mich, ehrlich gesagt, warum dieser Fahrstuhl so komisch ist. Aber ich glaube, Lars, wir haben gar keine andere Wahl, als da reinzugehen, oder? Ich bin schon drinnen. Du gehst rein, okay, 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 wir gehen rein, wir gehen rein, Freunde. Wir schauen uns an, was dieser Fahrstuhl, was an dem so besonders ist. Es geht hoch? Hä? Sind wir draußen? Das sind ja die für Arme. Was ist das? Das ist doch schon echt... Der ist eine Packwürste als Arme. Nein, ich fall runter. Nein, ich falle in die Toilette. Das darf nicht wahr sein. Ach so, jetzt haben wir... Oh mein Gott, das ist so, als würde der uns so in andere Dimensionen bringen, ne? Ich bin, ja, ich bin ins Klo gefallen. Und jetzt werde ich weggespült. Und was, jetzt bin ich braun geworden? Ich... Ich wurde ausgekackt aus der Toilette und bin einfach braun geworden. Oh mein Gott. Was macht dieser Fahrstuhl? Ihr guckt mich mal an. Aber die anderen haben auch so Kackwürste als Arme. Aber ich finde, das sieht voll hübsch aus. Ja, stimmt, die sind wahrscheinlich öfter da. Die sind so dicke Kackwürste als Bein. Oh nein, ich will nicht wissen, wann das Nächstes kommt, wenn das hier schon so schlimm anbängt. Weil an welcher Etage... Wir sind jetzt scheinbar... Ne, warte mal, was ist denn das für eine Anzeige? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ach so, das ist, wenn wir jetzt gleich da sind. Und... Wir sind da? Hä? Hey, wir sind in der Dings. Hä, was ist das? Wir sind in der ACF-Movie-Welt. In... Warte, da steht doch irgendein... Ach so, da steht mein Name. Da kommt ein Zug. Was? Da kommt ein Zug. Nein. Kommt der auf uns zu? Ja. Der kommt auf uns zu. Hey, nimm mich mit. Juhu. Au, nein, ich wurde überfahren. Nein. Das ist Dings. Ich mag Züge. Oh nein, der ist... Oh. Oh, wir haben es scheinbar nicht geschafft. Wir sind gestorben. Ah, hi. Alter, wo sind wir hier? Go, Lars mag Affen. Du musst gegen Ash Ketchum kämpfen. Und gegen Dings? Der hat mich gewählt? Was soll ich denn... Was kämpfen wir denn? Was ist ein Zufall? Was machst du? Oh mein Gott. Gegen wen? Ist das Brock? Ach so, das ist der Arena-Leiter, oder? Ich mach Tornado gegen Dings. Lars mag einfach Tornado gesucht. Ich... Ich auch. Ich will auch Tornado machen. Was mach ich? Was mach ich? Ich speifei... Ich hab dich geröstet. Alter, du hast mich voll geröstet. Oh mein Gott. Flamethrower, alles Käse. Was machst du? Tornado again. Oh mein Gott. Tornado. Was mach ich wieder? Toll. Ich mach Flamethrower los. Oh. Bist du auch runtergefallen? Ich glaub, ich hab verloren. Hi, Izzy. Izzy wurde von Lars besiegt. Oh nein. Der Typ war immer noch Kacke als bei. Wir waren einfach Pokémon. Ey, wie crazy. Ich glaub das einfach nicht. Das ist mega cool. Was kann man sich hier jetzt eigentlich... Die Leute, die sind ja alle so dick teilweise. Guck mal seine Muskeln an. Wie kriegt man sowas? Und der... Das ist ein Ding. Der hat lange trainiert dafür. Vielleicht kann man sich irgendwas cooles kaufen. Kostüme oder sowas. Oh, warte. Sind wir da? Achtung. Ah, ich... We're close shop. Wo sind wir? Im Knast, glaub ich, oder so. Alter, was ist das für eine Area? Oh mein Gott. Ah. Leute. Oh nein. Was passiert da? Alter, nein. Das ist der Jurassic Park. Nein. Oder? Nein, sag das nicht. Komm, jetzt Dinos. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Alter, hörst du das? Nein, wirklich. Oh oh. Oh, versteckt der... Oh nein. Der hat ihn gefressen. Alter, der hat ihn einfach geschnappt. Oh nein. Der hat den sich einfach geschnappt. Der hat den Dino... Der Dino hat ihn gefressen. Aber wir haben überlebt. Gerade so noch, Leute. Wir haben es überlebt. Ich glaub's einfach nicht. Ähm. Crazy. Warte mal. Buy Coins. Ich kaufe jetzt hier mal ein paar Coins. Und dann will ich mir mal ein Kostüm kaufen. Die anderen sehen nämlich alle so cool aus. Ähm. Wie kann ich mir ein Kostüm kaufen? Buy. Ja. Okay, let's go. Ach so, 35 Robux kostet das Kostüm. Chocolate Rain. So. Oh, warte. Es geht weiter. Wo sind... Oh mein Gott. Was zum... Lol. Was zum Toll... Oh nein. Nein, ich will nicht rausfallen. Oh nein. Hä? Ich hab doch gar nicht da irgendwas berührt. Wieso bin ich rausgefallen? Boah, das gibt's doch gar nicht. Ich fall hundertmal raus. Nein, ich will nicht rausfahren. Nein, ich bin rausgefallen. Nein. Hä? Oh Gott. Hä? Ich hab das so gut gemacht eigentlich. Das ist eine Untertasse. Eine fliegende Untertasse. Du bist auch unten, ne? Ich... Ja, aber ich check grad gar nicht, was hier passiert ist. Alter, sind die Leute tief. Hä? Hä? Oh. Hä? Hä? Was? Und der eigentlich muss erst mal aufstehen. Ich hab keine Ahnung. Was? Scheinbar haben wir alle überlebt. Oh, die hat nur diese Katze auf der Schulter. Voll niedlich. So, jetzt lass mich mal gucken hier. Ich konnte... Hey, cool. Hä? 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 Oh, das ist gruselig. Vor allem, ich bin jetzt ein Geist. Und was ist das? Eine Geisterwelt? Wo sind wir hier? Der ist ein kleiner Hund. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich halt auch nicht. Ey, es ist abgefahren. Aber wir müssen... Anscheinend müssen wir eine Minute hier überleben. Okay. Wirklich steht das da? Oder auch nicht. Okay, Tänzer. Ach so, das ist, glaube ich, Dings. Ach so, jetzt müssen wir tanzen. Auf die Farbe, die auf dem Paneel erscheint. Hey, da unten... Ach, du musst auch tanzen. Okay, nice. Gelb, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Geh ich da hin? Geh zurück. Ja, ja, ja. Perfekt. Okay, jetzt rot. Ganz vorne. Jetzt rechts. Rot wieder. Gelb. Okay. Oh mein Gott, sehr gut, Lars. Sehr gut, sehr gut machst du das. Perfekt. Du auch. Und hinter dir? Oh mein Gott, richtig gut. Ich glaube, du bist der Beste. Die anderen machen das nicht so gut. Grün wieder. Und blau. Ja. Nice. Ich glaube, du hast gewonnen. Oder? Denkst du? Ich denke schon. Ich weiß es nicht. Und der Gewinner ist Lars Mark Affen. Yeah. Ich habe schon das zweite Achievement bekommen einfach. Ey, richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Okay, es wird Zeit, den Skin zu ändern. Hast du dir das gekauft? Oder ist das ding? Ja, für 35 Robux kannst du dir so eine Kostüme kaufen. Ich meine, wie cool ist das? Alter. Ich bin ein Roboter mit einem Pappkarton auf dem Guck. Hey, ich glaube, man kann wirklich tanzen. Warte mal. Äh. Yeah. Ich kann hinfallen. Warte. High Five. Lass uns mal High Five machen, Lars. High Five. Wie geht das? Warte mal. Wird das hier kleiner? Ey, die Wände kommen näher. Nein. Okay, ich stelle mich rauf wie das eine Mädchen. Ich glaube, das ist die beste Chance zu überleben, ne? Der eine bewegt sich einfach nicht da unten. Okay, er ist hoch. Er ist hoch. Und der da? Oh mein Gott. Wir werden zerquetscht. Boah, haben wir das alle überlebt? Alter. Ist ja crazy. Aber das war voll die coole Idee. Das ist mega krass auf jeden Fall. Ey, wenn wir das hier überleben heute, dann mache ich mir in die Hose. Ich sitze gerade so perfekt dafür da. Ey, ich kann nicht. Ich muss aufstehen. Ich hüpfe im Sitzen. Sieht voll cool aus. Ich glaube, ich bleibe so. Ich kann sogar laufen im Sitzen. Richtig abgefahren. Okay, nächstes Level starten. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Oh nein. Ich glaube, wir müssen da irgendwie... Wir müssen hier durchlaufen. Das ist Dings. Der eine sitzt mit mir. Das ist Slenderman. Das ist Slenderman. Das ist Slenderman. Was ist das? Alter. Alter, übertreib. Ich renne den anderen hinterher. Der eine scheint sich auszukennen. Nein, der... Das wird, glaube ich... Hier sind wir falsch. Der kennt sich doch nicht aus. Oh mein Gott. Wir müssen in der Gruppe bleiben. Meinst du nicht? Es ist so dunkel. Ich sehe überhaupt gar nichts. Ich sehe nur, was oben ist. Oh Gott. Wir haben es überlebt. Wir haben es geschafft. Okay. Dann wird es Zeit. So. Zack. Du bist ja Weihnachtsmann einfach. Ich bin die Weihnachtsfrau, ja? Nein, du hast einen Bart. Also bist du ein Mann. Nein, ich habe aber meine Augen behalten. Meine wunderschönen weiblichen Augen. Warte. Okay, cool. Ich habe... Ey, wir müssen Basketball spielen. Warte, ist der drin? Boah. Alter. Werfe ich den überhaupt? Hat schon mal jemand getroffen? Nein. Hä? Das ist voll schwer zu treffen, oder? Man trifft gar nicht. Hä? Oh, ich glaube, ich habe ihn, oder? Echt? Alter. Yo, was macht der denn da? Hä? Der ist ja voll schlau. Der macht einfach... Ich will dich auch. Warte. Ah. Gegen die Wand und... Ah. Come on. Bist du oben? Du bist oben. Das ist ja voll unfair. Mann, Typ, geh da weg. Oh, okay. Okay, okay. Oh, ein Penner. Der ist da nicht weggang. Oh, oh. Solche Worte aus deinem Mund, Lars. Okay, es ist genug mit dem Weihnachtsmann, Leute. Wir gucken jetzt mal, was wir noch weg sind. Dann dieser Wicht. Dieser Wicht ist nicht weggegangen. Dieser Wicht. Ich kann zu dir werden. Guck mal. Bitte nicht. Lustig. Das war so lustig, Lassi. Wer es nicht weiß, Lars hat ein Skeletzkin in Minecraft. Okay, let's go. Weiter geht's. Okay, ich bin gespannt, was kommt. Ach so, in 10 Sekunden geht's weiter. Dann kommt das nächste Level. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was als nächstes kommt. Und ich glaube, nach den Erfahrungen, die wir hier heute hatten... Oh, äh... Hä? Ich bin einfach gestorben. Da hat mich einfach eine Tasse umgerannt. Und jetzt bin ich wieder am Anfang. Oh mein Gott, das darf nicht wahr sein. Nein, Leute, wir kommen hier niemals raus. Freunde, ich glaube, wir werden für heute jetzt erstmal an dieser Stelle Schluss machen und probieren vielleicht später nochmal hier aus dem Elevator zu entfliehen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob das klappt. Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall morgen um 15 Uhr beim nächsten Video vorbei. Und auch bei Lars auf seinem Channel. Ähm, ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!